2016. Ein neues Jahr beginnt. Ein gutes Jahr, möchte man meinen. Doch was hat uns das Alter eigentlich beschert? Freude, Halt, eigentlich nichts. Es ist einfach nur eine neue Zeit angekommen. Ich gehe noch immer durch die Gassen, bitterkalt, Trauer erfüllt. Mein Herz weiß noch immer keinen Ausweg aus dieser Situation. Naja, ich habe weder Freunde noch Familie. Und du bist der Einzige, der mich versteht. Honigbeer. Stoßen wir an. Auf eine goldige Zukunft. Auf eine Zukunft mit Freude, mit Erfüllung innerlich sowie äußerlich. Auf uns mein Teuerster. Auf eine wundervolle Zukunft. Voller Glamour und Prunk. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020